Jo Leute, was geht ab? Ich bin hier auf einem FFA-Server. Link dazu ist der Beschreibung und willkommen zu einem ersten Video. Die Begrüßung war jetzt komisch, aber egal. Das ist ja das erste Video und ja, wir fangen dann auch gleich schon an. Das hier ist ein FFA-Server. Link ist in der Beschreibung. Es sind meistens auch voll viele YouTuber und ja, ich werde in diesem Video einfach über Themen reden. Also, falls wer es nicht weiß, auf diesem Server gibt es halt so Kisten. Kann man eine Minute lang öffnen. Also, seht ihr es? Egal, welche ich drücke. Ah ne, doch keine eine Minute. Okay, auf jeden Fall sprechen wir dieses Video an, was ich auf meinem Kanal alles bringen werde. Nein. Ich bin tot, ich bin tot. Was bringt mir Feuer, Rassistenz? Na super. Also, in dem Video werde ich anspringen, was ich alles auf meinem Kanal bringen werde. Na super. Nein, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Egal. Ich will ihn... Oh Gott, das ist ja auch viel Scheiße. Ja, okay, der hat sich ja auch hochgehalten. Da kann man ja nichts machen. Abstauben, come on. Yo, yo. Na super. Okay, also, mein Kanal wird iOS-Spiele kommen, wie zum Beispiel Blitzregade, was ich Blitz nenne. Könnte ich schon mal dran gewinnen. 5,6 Sekunden, okay. Dann wird noch oder ein Chaos kommen. Das Blitzregade, da wird irgendwie ein bisschen Luis kommen. Hm, ja. Ich nehme ja doch wahrscheinlich Minecraft, auch mal mit dem lieben Leon, aka It's Free's Place. Aufnehmen. Hm, ja. Boom. Oh, grad legt's. Nein. Ich werd' in der Aufnahme witz nicht legen. Nein. Okay, ähm... Ja. Ich werd' in der Aufnahme witz nicht legen, aber... Jo, mich nicht. Hm. Okay, also. Das wird's eigentlich so klar. Minecraft kommt auch. Links ist alles in der Beschreibung. Wir spielen irgendwie Regenzen mit dem Skorvo-Pack. Bitte sag nicht, dass ein Team ist. Oh, den einen komm ich ganz schön weg. Nein. Oh. Ist das ein Team? Ich glaub's nicht. Und, ja. Dann... Das will ich euch einfach nur Bescheid sagen, was auf meinem Kanal alles kommen wird. Und, ja. Jetzt spiel' ich spiel' hier so fünf Minuten lang einfach nur FFA. Also, wir spiel' jetzt schon knappe drei Minuten. Mit dem Intro also drei. Und, ja. Okay. Ah, da muss ich mich konzentrieren. Ja, Spaß. Muss ich nicht, aber... Vielleicht bekommen wir den sogar. Come on. Ah. Na. Super. Egal. Ähm, das könnte ich besser machen. Oh, den haben wir abgeschaut zumindest. Also, mit dem Feuerzeug ist es so, wenn man einen killt, kriegt man einen Feuer. So. Sieht immer so aus. Also, ist jetzt nicht so bei dem Texture-Pack, sondern es sieht immer einfach so eine Flamme aus. Ja, Alter, der hat Klaura drin, der hat sofort umgedreht. Okay. Und das finde ich auch gut, dass man hier die Herzen halt so sieht, die der Gegner noch hatte. Leider hat er 10,0, weil er mich abgeschaut hat. Und ich finde das Texture-Pack eigentlich voll nice. Das ist von Skorbo. Also. Das hier. Downloaden-Link in der... Ah! Ja. Beschreibung. Na. Na. Na super. Ich habe übrigens so einen Deutschland-Cape. Ich unterstütze ja meinen Lamm. Mein Spaß. Okay. Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann beend ich diese Aufnahme, weil das dann um die 5 Minuten soll das Ende drin. Na super. Na super. Eigentlich, weil ich die Moria aufnehme, habe ich auch so einen gemacht, aber das hat so geleckt. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Links findet ihr alles in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, falls es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Beweisung da. Oder gleich auch mal ein Abo. Und das hier ist übrigens die IP, also rayward.net. Steht auch in der Beschreibung. Hier hat jeder so einen Glaskopf auf. Kann man leider nicht abziehen. Aber egal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ciao!